Wien, jahrhundertelang die Hauptstadt der Donaumonarchie und Residenz der Habsburger, zieht Jahr für Jahr zwischen 5 und 6 Millionen Touristen an. Es gibt viele Gründe, hierher zu reisen. Einer davon liegt eine knappe Viertelstunde Fußweg von der Hauptattraktion der Donaumetropole entfernt, dem zum UNESCO-Weltkulturerbe zählenden Schloss Schönbrunn. Die grüne Oase der wahrhaft kaiserlichen barocken Anlagen umschließt eine Fläche von 17 Hektar. Hier leben über 700 Tierarten, insgesamt über 8000 Tiere, im ältesten und in den Augen der Wiener natürlich schönsten Tiergarten der Welt. Ein Refugium, dessen Geschichte weit zurückreicht. Es war Kaiser Franz I., Stephan von Lothringen, der Gemahl von Kaiserin Maria Theresia, der den Tiergarten anlegen ließ und ihm 1752 mit seinen adligen Gästen einen ersten Besuch abstattete. Dieser 31. Juli gilt seither als Geburtstag des Tiergartens Schönbrunn. Er ist mithin älter als 260 Jahre und deshalb der älteste Tiergarten der Welt. Doch bei all dem opulenten historischen Hintergrund ist die vormals kaiserliche Menagerie natürlich voll und ganz ein Zoo des 21. Jahrhunderts. Also einmalig für den Schönbrunner Zoo ist, glaube ich, wirklich dieses Zusammenspiel barockes Ambiente und moderne Tierhaltung. Der Tiergarten Schönbrunn ist kein sehr großer Zoo, 17 Hektar insgesamt, davon eben der größere Teil, die barocke historische Anlage, der Pavillon des Kaisers, ehemals Frühstückspavillon des Kaisers, im Zentrum und rundherum, die sogenannten zwölf Logen, so wurde das damals genannt, die heute noch so bestehen. Die 13. im Hintergrund von mir, die war immer schon nicht den Tieren, sondern den Menschen gewidmet und da haben wir auch heute noch unsere Direktion drinnen. Heißt das etwa, die Bürokratie des Tiergartens hätte seit dem 18. Jahrhundert nicht expandiert? Auch das würde Maßstäbe setzen. Auf alle Fälle kommen hier nicht nur Tierfreunde auf ihre Kosten, sondern auch die Architekturkenner. Mit besonderem Stolz werden die mehr als zwei Millionen Zoobesucher jedes Jahr auf den Kaiserspavillon hingewiesen, das historische Zentrum der Anlage. Franz I. ließ ihn sich 1759 als Frühstückspavillon errichten. Wenn damals schon galt, dass das Frühstück die Weichen für den Tag stellt, war das hier eine wahrhaft majestätische Startposition. Im Jahr 2012 wurde das prachtvolle Deckenfresko Josef Ignaz Mildörfers aus der Zeit Maria Theresias restauriert. Hier findet sich zum Genuss für den Gaumen auch der fürs Auge. Und seit langem gibt es im Kaiserspavillon nicht mehr nur Frühstück, sondern mittags auch ein klassisches Wiener Schnitzel, ein Gulasch oder nachmittags die Kaffeejause. Stilvolles Interieur atmet wieder die frühe Blütezeit des Ortes, auch wenn der Glanz in späteren Jahren mehrfach leiden musste. In so einer langen Geschichte hat es natürlich immer Höhen und Tiefen gegeben. Es war zum Beispiel Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts der Tiergarten schon einmal einer der schönsten, einer der besten Europas mit einem unheimlich großen Tierbestand mit über 3500 Tieren in 700 Arten. Dann ist der Erste Weltkrieg gekommen und es hat natürlich einen Einbruch gegeben. Auch im Zweiten Weltkrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, war der Tiergarten knapp vor dem Zusperren. Der Tiergarten Schönbrunn hat sehr, sehr viele Bombentreffer im Februar 1945 bekommen. Aber es ist gelungen, den Tiergarten wieder aufzubauen. Ende der 80er Jahre hat der Tiergarten ein bisschen den Anschluss an eine moderne Tierhaltung verloren. Und es hat da namhafte Stimmen gegeben, sowohl von politischer Seite wie auch von fachlicher Seite, die der Meinung waren, der Tiergarten muss gesperrt werden. Man kann aus dem Tiergarten nur noch ein Museum machen. Gott sei Dank ist es nicht so weit gekommen. 1992 ist der Tiergarten privatisiert geworden, ausgegliedert, in eine GSMBH umgewandelt. Und seit 20 Jahren, also wir feiern heuer auch, 20-jähriges Bestehen der Tiergarten Schönbrunn GSMBH, hat der Tiergarten wieder einen enormen Aufschwung genommen. Und heute stehen wir wirklich wieder gut da. Denn jetzt macht das harmonische Zusammenspiel von kulturellem Erbe, von imperialem Glanz und moderner Ausstattung den ganz besonderen Charme der Anlage aus. Bis heute, äußerlich nahezu unverändert, das 1828 errichtete Giraffenhaus, das einen barocken Bau ersetzte. Hier haben die bis zu sechs Meter hohen Tiere den nötigen Überblick. Und immer frisches Futter. Ja. 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 Die Pflegerin weiß, was gewünscht wird. Musik Der höher gehängte Futterkorb ist hier überhaupt kein Problem. Musik Seine Gattung hat hier seit mehr als 240 Jahren Hausrecht. Im Jahre 1770 kam der erste Elefant nach Schönbrunn. Acht Jahre später konnte sich dann nicht mehr nur der Adel an den majestätischen Tieren erbauen, sondern die gesamte Wiener Bevölkerung. Und das bei freiem Eintritt für anständig gekleidete Personen, wie es damals hieß. Musik Damals wie heute im Mittelpunkt des Besucherinteresses, der Nachwuchs. Tiere und Kinder, heißt es, stehlen jedem die Show. Tierkinder, erst recht. Musik Eine wahre Sensation in Schönbrunn sind die großen Pandas. Nur wenige Zoos in der Welt besitzen ein Panda-Paar zur Zucht. Ihre Art ist hoch bedroht. Noch ganze 1600 Tiere leben in freier Wildnis. Da war der Bärendienst, den die Volksrepublik China dem Tiergarten Schönbrunn erwiesen hat, ein diplomatischer Akt. Im Jahre 2003 zogen Yang Yang und Longhui aus der Zuchtstation Wollong nach Wien um. Da die schwarz-weißen Bären sehr anspruchsvoll sind und sich unter Zoobedingungen nicht gerade rasend vermehren, war es eine zoologische Sternstunde, als 2007 der erste quasi hausgemachte kleine Panda das Licht der Donaumetropole erblickte. Fu Long, der glückliche Drache. Von Besuchern und irgendwie ausländischen Medien gefeiert, wie ein Popstar. 2009 ist Fu Long in seine angestammte Heimat China übergesiedelt. Fu Longs Eltern in Schönbrunn waren auch nicht untätig. Sein Bruder Fu Hu, der glückliche Tiger, schaut seit August 2010 mit fröhlichen Knopfaugen in die Welt. Und frischer Bambus schmeckt immer. Neben der eigenen Zucht unterstützt der Tiergarten auch den Schutz der Pandas in ihrer chinesischen Heimat. Mit der Arterhaltung der Pandas schlägt Schönbrunn eine Brücke in die Welt. Hier, zu Hause in Wien, stellt man sich der Aufgabe, bei aller Bewahrung des Alten immer offen zu sein für das Neue. Neue Anlagen im Tiergarten Schönbrunn zu bauen oder auch ältere Anlagen zu renovieren, das ist immer eine ganz, ganz große Herausforderung, weil natürlich der Denkmalschutz hier ein großes Wort mitzureden hat. Der gesamte Tiergarten und gerade der barockehistorische Teil steht unter Denkmalschutz und wir wollen ja gerade dieses barocke Ambiente erhalten. Ich denke aber, das ist in den letzten Jahren ganz gut gelungen, auch moderne Tierhaltung und auch moderne Anlagen hier zu kombinieren, einzubauen. Ein gutes Beispiel ist unsere Großkatzenanlage, wo heute die Besucher durch die alten Anlagen gehen und hinaus auf die Freianlagen von den Gebaden schauen. Mitte der 90er Jahre wurden die alten Raubtierhäuser in die Rahmenarchitektur der modernen Großkatzenanlage eingefügt. An ihrer Rückseite erstreckt sich die mit einer Netzkonstruktion überspannte, großzügige Freifläche für Jaguare und Tiger. Die Faszination der Großkatzen. Einen Moment lang schlägt hier das Herz der Wildnis. Seine Vorfahren kamen Anfang des 19. Jahrhunderts hierher. Mittlerweile bewegen sich auch die Löwen auf beeindruckenden Freianlagen. Im Inneren des Wohnquartiers gibt es Komfort mit moderner Heizung und Belüftung. Und Löwenbabys kommen hier seit mehr als 130 Jahren zur Welt. Und Löwenbabys kommen hier als 50. Jahrhunderts hierher. Im Inneren des Wohnquartiers gibt es die Verweinen. Und die Flamme und Julie, wenn wir die Welt sind, 1,000-9000-9000-1000-9000-0000-4000-E000-00000-8000-0000. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Die Größe der Tatzen und der Zähne wächst also mit. Weitaus entspannter geht es auf der Südamerika-Anlage zu. Die Stadt lebt sonst in 3500 bis 5500 Metern Höhe. In Ecuador, Peru, Bolivien, Argentinien und Chile. Die Schönbrunner Südamerika-Anlage, der Pampa nachempfunden, ist eine Art WG. Hier hat jeder genug Platz. Und ums Futter gibt es auch keinen Streit. Wir haben auf unserer Südamerika-Anlage einige Tierarten, die miteinander friedlich auskommen. Das sind zum Beispiel die Vicunias, die Tapire, die Wasserschweine und die Serrema. Und die kommen alle miteinander sehr gut, recht gut aus. Schlafen zum Beispiel auch in der Nacht miteinander in einem Heubettchen die Tapire und die Wasserschweine, was recht lieb ist. Nicht nur in der Nacht, sondern auch am Tag. Nach einem guten Frühstück kuscheln sie sich aneinander und schlafen miteinander auch. Das finden auch die Besucher. Das Wasserschwein, größtes lebendes Nagetier der Erde, ist Publikum gewöhnt und ausgesprochen gesellig. Jetzt bereite ich das Futter für die Tapire vor. Die bekommen einen Mix zwischen Gemüse und Obst. Wir machen es meistens so, dass wir es mundgerecht zerkleinern. Damit auch die Aufteilung der Tiere, also da die Tapire nicht alleine fressen, sondern immer die Wasserschweine und die Vicunias mitnaschen, damit jeder was bekommt und dass da keine Reibereien sozusagen entstehen. Zerteilen wir es ihnen und verteilen wir es ihnen im ganzen Gehege, damit sie auch ein kleines Enrichment haben, dass das schön verteilt ist und sie durch das ganze Gehege marschieren müssen, damit sie eben die Goodies bekommen. So gemächlich die Tapire sonst wirken, hier agieren sie ausgesprochen lebhaft. Den Ameisenbären macht hier garantiert niemand. Ihr Futter streitig. Weil wir den Ameisenbären eben keine 30.000 Termiten pro Tag geben können, die sie in der freien Natur essen würden, geben wir ihnen eine ausgewogene Nahrung, die größtenteils aus Vitaminbrei, den sie in der Früh und am Nachmittag bekommen, besteht. In dem drinnen ist Fleisch, Hundepellets, Haferflocken, Topfen und Vitaminkalk und Eichenrinde und Torf. Das wird alles zusammengemischt in einem Kutter und das wird ihnen am Nachmittag und in der Früh gegeben. In der Früh gibt es nur einen kleinen Snack. Und als Zusatz bekommen sie auch so schöne Mehlwürmer, die wir ihnen in morsches Holz geben, wo sie sich dann ihre Krallen sozusagen abschleifen können. Doch auch die lange Zunge ist dabei von großer Wichtigkeit. Ameisenbären sind nicht so gesellig wie die anderen Südamerikaner. In freier Natur sind die Tiere Einzelgänger, die sonst nur zur Paarung zusammenkommen. Ihre Vermehrung im Zoo ist eine sensible Angelegenheit. Heute erscht hier klare Sicht. Aber manchmal ziehen auch Nebelschwaden auf oder ein Gewitter kündigt sich geräuschvoll an. Ganz wie im richtigen Regenwald. Seit 2002, dem 250. Jubiläum, ist der Tiergarten um eine Attraktion reicher. Das Regenwaldhaus. Besucher sollen nicht nur die reiche Pflanzenwelt und die Vielfalt der hier auf 1200 Quadratmetern lebenden Tierarten bestaunen, sondern ein Gefühl entwickeln für den gefährdeten grünen Ozean aus Bäumen, Farnen, Mosen und Lianen. Ein Lebensraum, der bedrohlich schwindet und jedes Jahr um etwa 200.000 Quadratkilometer dezimiert wird durch Abholzung oder Abbrennen. Aufwendige Haustechnik, computergesteuert, mit Glasdachheizung, Wand-, Fußboden- und Erdreichheizung sichert ganzjährig eine Mindesttemperatur von 25 Grad Celsius mit 80 Prozent Luftfeuchtigkeit. Flughunde. Josmarc kann im abgedunkelten Raum sogar ihrer Flugschau beiwohnen. Auch hier gilt dem Nachwuchs besondere Aufmerksamkeit. Also im Moment haben wir so einen kleinen Kindergarten da in der Küche. Das sind die Flughunde, die Jungtiere von heuer, die aus verschiedensten Gründen bei uns gelandet sind. Es gibt oft einfach Fälle, dass sie abstürzen, dass die Mutter nicht mehr säugen kann oder sonstiges und sie dann im Baum halt zurücklässt und deswegen nehmen wir sie dann auf. Oder wir haben schon, die Paarungszeit hat wieder angefangen und die Männchen haben dann das junge Weibchen immer belästigt und dann ist sie auch abgestürzt. Also es gibt verschiedene Gründe, warum sie dann bei uns sind. Und ja, sie sind eh schon mindestens zwei Monate alt gewesen, schon fast drei Monate. Dann war das so, dass man sie auch über Nacht nicht mehr mit heimnehmen hat müssen. Das ist dann ganz praktisch und dann kann man sie da noch behalten. Sie werden jetzt von uns einfach unterstützt, dass sie gescheit fliegen lernen. Ganz wichtig. Und nur zwei, drei Monate bei uns bleiben einfach, um ein bisschen erwachsen zu werden. Und dann können sie wieder ins Haus raus und sich hoffentlich gut in die Gruppe integrieren wieder. So wie es halt bis jetzt immer war, hat das ganz gut funktioniert. Ja. Ja. Danke. Nur fliegen ist schöner als diese individuelle Fütterung. Gar nicht. Die haben nicht diese Ultraschallordnung, was die Fledermäuse haben. Sieht man an den großen Augen. Die sägen eigentlich ganz gut im Gegensatz zu den Fledermäusen und orientieren sich rein. Vor allem sie riechen sehr gut, wenn sie die reifen Früchte und fliegen dann dorthin und können sich eigentlich so ganz gut orientieren. Hier ist man schon fit für die Nacht. Nachtaktiv ist auch er und anspruchsvoll. Der Koala. So, Eukalyptusraum. Sehr viele Arten. Pisten frisch aus Wien und aus England. Zum Beispiel das ist Robusta. Sehr schöne Triebe. Ja, und das bekommt er jetzt. Schau, da hast du was Frisches. Mh. Ganz lecker. Mh. Aber vor dem Genuss steht noch die Tiergartenroutine. Kornos werden jeden Tag abgewogen, um 16 Uhr. Körpergewichtskontrolle ist sehr wichtig, dass wir wissen, ob dem Tier gut geht, ob alles in Ordnung ist. So, wie viel? 4,73. Das ist gut, das nehmen wir. Dann kommen wir mal hier. Merali, das ist gut, das nehmen wir. Hm? Mh. Ja. Dazu möchte er aber herumgetragen werden. Wir wiegen jeden Tag um 4 Uhr, deswegen, dass die Besucher auch die Chance haben, ein Koala ein bisschen aktiv zu sehen. Geh, Mäßchen? Ja. Ja. Hm. Ja. Der freundliche Australier kann gut und gerne noch 10 Kilo zulegen. Trockenen Fußes durch 130.000 Liter Wasser. Das Tunnel-Aquarium verbindet Aquarien- und Terrarienhaus. Um diese Röhre schwimmen die verschiedensten Fischarten. Manchmal segelt einem auch ein Stechrocken über den Kopf hinweg. 1959 eröffnet, wurde das Aquarien- und Terrarienhaus um die Jahrhundertwende general saniert. Die Vögel-Aquarium-Aquarium-Aquarium-Aquarium-Aquarium-Aquarium-Aquarium SB Betty Rödery, Musik Auch hier sind Fische gern gesehen, zu den Mahlzeiten. Diese Vorliebe verbindet die Bewohner des Polariums, Pinguine und Mähnenrobben. Acht Grad Wassertemperatur, das ist das gemeinsame Wohlfühlklima. Musik Die tägliche Fütterung, ein absoluter Publikumsmagnet. Das Robben-Entertainment mit akrobatischen Einlagen. Musik 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 Auf der Kleinaffenanlage ist niemand für die Großen. Musik 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 Wir sind hier in der Küche der Kleinaffenanlage. Auf der Kleinaffenanlage sind zwei Gehege. Das eine sind die Gibbons, in dem anderen sind die Cutter. Und ich bereite jetzt ein Futter für die Cutter vor. Eigentlich eine Zwischenfütterung, weil die Hauptfütterung haben sie schon am Vormittag gekriegt. Und jetzt gibt es so eine sogenannte Beschäftigungsfütterung, damit sie ein bisschen was zu tun haben, damit ihnen nicht viel Langeweile entsteht. Das ist eine ganz simple Beschäftigungsfütterung. Ich schneide einfach Äpfel sehr klein und streue die dann aus. Und in der Innenanlage zuerst ein paar Pellets auch noch ausstreuen, damit sie ein bisschen suchen müssen zum Beschäftigen. Denn behäbig sollen die Tiere nicht werden in Schönbrunn. Musik Die Cutter, die sind zwar sehr nette Affen, aber sind eigentlich ein bisschen, ich will nicht sagen dumm, aber sie sind halt nicht so die super Wiffzacke. Eigentlich gehören sie zu einer Gruppe, diese Gruppe heißt Feuchtnasenaffen. Früher hat man dazu gesagt Halbaffen. Das sind eigentlich primitivere Affen, die nicht so hoch entwickelt sind. Aber sie wissen schon, worauf es ankommt. Sie sind eben wirklich nicht dumm. Die Besonderheit bei den Cutter ist die, dass sie in einem, man sagt dazu Matriarchat, das heißt Frauenherrschaft eigentlich. Also bei den Cutter sind die Frauen die Chefs. Sie haben zwei Rangordnungen, zwei getrennte, eine innerhalb der Männchen, eine innerhalb der Weibchen. Und das rangniedrigste Weibchen ist immer noch höher als das ranghöchste Männchen. Entwickelt hat sich das bei denen eigentlich deswegen, weil die Cutter ihre Jungen immer zu der besagten Trockenzeit bekommen, wo es wenig Nahrung gibt. Dadurch, dass die Weibchen rankhöher sind, dürfen sie zuerst zu den Futterplätzen kommen und haben so Chancen ihre Jungen durch die Trockenzeit zu bringen. Wobei die Jugendsterblichkeit bei den Cutter an sich sehr hoch ist, auch trotz dieses Mechanismus. Ansonsten sind die Cutter noch sehr bekannt für ihre sogenannten Stinkkämpfe. Sie haben mehrere Duftdrüsen am Körper verteilt, also welche bei der Hand und welche in den Achseln. Sie tun ihren Schwanz, den ziehen sie oder reiben sie an diesen Duftdrüsen, der wird sozusagen einparfümiert mit dem Duft. Und dann stellen sie sich gegenüber hin, die Männchen und wedeln sich mit dem Schwanz an. Das ist dieser schwarze Punkt da, dass man den sieht. Das ist ein Duftdrüsenfeld. Und dann ist da, aber das sieht man sehr schwer, bei der Achsel noch so eine Duftdrüse. Die Besonderheit ist dann noch, bei dem Jungen sieht man es ganz gut da, die in der Achsel ist ganz klein, die sieht man eigentlich nicht wirklich. Da muss man im Feld suchen. Die Besonderheit ist dann noch bei den Männchen, die haben bei dieser Duftdrüse noch so einen kleinen Dorn dabei. Damit können sie die Bäume anritzen und den Duft gleich in den Baum reiben, um das Revier auch gleich zu markieren. Das ist besagte Streufütterung. Abgesehen vom Beschäftigungscharakter hat das auch einen anderen Vorteil. Wenn man leckere Sachen füttert, die Rangniedrigen auch eine gute Chance haben, das zu kriegen. Was bei fixen Futterplätzen oft ein bisschen schwieriger ist. Die Rangniedrigen kriegen dann oft die nicht ganz so leckeren Sachen. Allerdings dafür meistens die gesünderen Sachen, muss man auch dazu sagen. Die Rangniedrigen ernähren sich meistens schlechter als die Rangniedrigen. Weil die Rangniedrigen halt immer das süße Obst essen und werden halt den Rest kriegen. Jetzt schauen wir, ob die Katte auch rauskommen, ob die das merken, dass wir das werfen. Einer ist eh schon draußen, das ist eben ein Rangniedriger. Der nimmt seine Chance gleich wahr, schlägt sich mal wieder, aber die anderen kommen auch schon. Die Katte können wie die meisten Affen nicht schwimmen. Deswegen funktioniert das sehr gut. Wir haben auch den Zugang zu dieser Affeninsel das ganze Jahr offen. Außer wenn der Teich zufrieden, dann müssen wir natürlich das Haus schließen und sie einsperren. Weil sonst würden sie über das Eis ausbrechen. Etwas lebhafter ist die Stimmung bei den Nachbarn auf der Kleinaffenanlage. Den Gibbons. Als Baumbewohner sind sie sichtbar behände Kletterer. Schwünge von drei Metern sind keine Seltenheit. Und sichern immer zahlreiche Zuschauer. Orangerie heißt sehr schön doppelsinnig dieses Affendomizil. In der früheren Orangerie, dem im 19. Jahrhundert erbauten Palmenhaus des Kaisers, logieren heute die Orang-Utans. Nach 1920 wurde der Bau auch schon als Filmatelier genutzt. Filmreife-Szenen spielen sich hier immer noch ab. Nur die Stars sind inzwischen andere. Filmreife-Szenen Die Erdmännchen und natürlich auch die Erdmännchenweibchen gehören zu den Lieblingen der Wiener Zoofreunde. Mit Grabungen schaffen sie es bis zu drei Metern Tiefe unter der Erde. Aber auch über der Erde ist allerhand los. Erdmännchen gelten als ausgesprochen gesellig. In Trockengebieten im Süden Afrikas leben sie in Kolonien von bis zu 30 Tieren zusammen. Während der Nahrungsaufnahme sind immer einzelne Tiere als Sicherheitspersonal abgestellt, um im Falle einer Bedrohung, etwa aus der Luft, ein ganz besonderes Bellen abzugeben. Blitzschnell verschwindet dann die gesamte Mannschaft unter der Erde. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Auch hier, in der Freianlage, ist beispielhaftes Sozialverhalten zu beobachten. Bei den Pelikanen teilen sich die Männchen und Weibchen exakt die Brutpflege. Beide sitzen abwechselnd auf dem Nest mit den Eiern, beide sind dann abwechselnd auf Futtersuche für den geschlüpften Nachwuchs unterwegs. Und das besteht hier für die meisten Bewohner aus Fisch. Die Nachzucht von Pelikanen in Tiergärten ist nicht einfach. Die Vögel sind leicht zu irritieren. Musik Sie gehören wohl zu den meistfotografierten Prominenten in Schönbrunn, die Flamingos. Das aparte Rosangefieder rührt übrigens von der Aufnahme nicht gerade ansehnlicher planktonischer Algen her. Der nach unten geknickte Flamingoschnabel ist dafür eigens mit Lamellen an den Rändern versehen. Wie man sieht, wird eifrig an der rosa Kolorierung gearbeitet. Musik Untertitelung. BR 2018 In jeder Ecke eine neue Überraschung. Hier, wo die Vogelanlage direkt an historisches Gemäuer anschließt, leben die unterschiedlichsten Arten unter einem Dach. Musik Besonders bemerkenswert, wenn auch vielleicht erst auf den zweiten Blick, die Waldrappe. Sie sind in Europa mittlerweile ausgerottet und als Art auf der ganzen Erde mit nur noch weniger als 2600 Tieren verbreitet. Hier in Schönbrunn werden sie im Zuge einer internationalen Arterhaltungsinitiative gezüchtet. Musik Exotische Tierarten in historischer Umgebung. Ein einmaliger Reiz geht von dieser Konstellation aus. Aber es gibt auch Ecken im Tiergarten Schönbrunn, da geht es ausgesprochen bodenständig zu. Musik Wir haben hier einen Naturerlebnis-Pfad gemacht, beginnend am Tiroler Hof mit alten Haustierrassen. Meisten Menschen wissen nicht, dass auch Haustierrassen gefährdet sein können, wo wir eben gefährdete altösterreichische Haustierrassen zeigen. Der denkmalgeschützte Hof wurde an seinem ursprünglichen Standort in Tirol abgetragen und hier Stück für Stück wieder aufgebaut. Musik Pustataler Sprinzen fühlen sich hier genauso wohl wie andere jahrhundertealte Haustierrassen wie Tuxerrind oder Montafoner Braunvieh. Musik Und samstags und sonntags wird hier gezeigt, wie man Butter und Käse herstellt. Allmählich spricht es sich herum, dass die nicht im Kühregal im Supermarkt entstehen. Und dann geht es weiter. Der Mark mit dem Schönbrunner, einer Kleinbahn, die auch durch den Tiergarten zuckelt. Musik Gewichtigeren Zoobewohnern begegnet man hier im Nashornpark. Außen wie Innenanlagen bieten den asiatischen Panzernashörnern alles, was sie lieben. Auslauf, sumpfige Graslandschaften und weiträumige Schlammsulen. Auch für andere asiatische Tierarten ist noch Platz. Die Hirschziegenantilope oder der Axishirsch. Und die Dickhäuser fühlen sich zu Hause. Musik 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 Auch diese Anlage entstand im Rahmen des langfristigen Entwicklungskonzepts neue Projekte. Auch hier wurden alte, bereits bestehende Anlagen in die Neugestaltung einbezogen. Obwohl im Areal begrenzt, ist der Tiergartenschönbrunnen also ein ständig wachsender Zoo mit dem fortdauernden Experiment von Bewahrung und Entwicklung. Pläne gibt es immer noch genug. Ich denke aber, es ist in den letzten Jahren ganz gut gelungen, auch moderne Tierhaltung und auch moderne Anlagen hier zu kombinieren. Es ist uns ja ganz, ganz wichtig, dass wir auch immer die Besucher einbinden in unsere Aufgabe. Und wir werden einen Polardom haben, ein Besucherinformationszentrum an der Grenze zum Polarium, wo wir eben die beiden Themen Antarktis und Arktis, auch den Klimawandel, der gerade diese beiden Lebensräume natürlich ganz, ganz stark beeinflusst, thematisieren werden. Und so kann jeder, der hierher kommt, teilhaben an einer Reise von der Vergangenheit in die Zukunft. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020